Hi Leute, in dem heutigen Video möchten wir euch die Wading Cargo 4 Aufbewahrungsbox von Masome vorstellen. Die Box besteht komplett aus EVA-Material. Dieses ist sehr leicht, aber trotzdem robust. Außerdem ist die Backgumbox komplett wasserdicht und hat am Boden 5 Anti-Rutsch-Füße. Die Meschtasche in der Innenseite eignet sich perfekt für kleine Gegenstände wie Hakenlöser oder Handschuhe. Durch das Zusammenfalten können unschöne Falten oder Knicke entstehen. Um die Box wieder glatt zu kriegen, müsst ihr einfach nur heißes Wasser einfüllen und ein bisschen warten. Dadurch wird die Form wieder wie neu. Um euer Fahrzeug so gut es geht trocken und sauber zu halten, empfehlen wir, sich in die Wading Cargo Box hineinzustellen und die Watthose dort auszuziehen und gleich in der Box zu lassen. So könnt ihr sie dann nehmen und einfach ins Auto packen. Die Wading Cargo 4 Box von Masome findet ihr bei uns in vier verschiedenen Farben. Schwarz, Rot, Gelb und Grün. Mit dieser wasserdichten Aufbewahrungsbox könnt ihr eure Watthose überall verstauen, ob im Kofferraum eures Fahrzeuges oder zu Hause. Natürlich könnt ihr auch andere nasse Kleidungen, wie zum Beispiel Wattstiefel, darin transportieren. Vielen Dank fürs Ansehen! Wenn wir euer Interesse geweckt haben, schaut gerne in die Beschreibung unter diesem Video für weitere Informationen oder auf unserem Kanal für weitere interessante Produkte. Bis zum nächsten Mal!